Den irren finster Geist, wie war sein Name? Hm, Hordrick zu töten, der mich mit seinem Großschwert mit zwei Schlägen tötet. Während ich mit meinem Großhammer, der erheblich langsamer ist und eigentlich viel mehr Schaden verursachen würde, oder sollte, acht oder neun Hiebe brauche, um seine Punkte auf Null zu bringen und er hat die Möglichkeit, sich zu heilen. Und zwar vier bis fünf Mal, denke ich, während ich diesen Luxus nicht habe. Das ist natürlich ein Problem, aber was soll man machen? Ähm, ist ja schließlich nicht sein Problem, dass ich mich nicht heile. Also, brauche er sich auch nicht dran halten. Da hinten ist ein Altsam. So, sein Zeichen ist hier zu finden, ne? Oh, er trifft mich. Nein, er trifft mich nicht. Oh, er wurde nicht gest... Doch, er wurde gestagert. Alles klar, dann ist das alles gut. So, Hordrick, du Scheusal, dann müssen wir mal wieder ein kleines Tänzchen wagen. Persönlich glaube ich nicht, dass ich in der Lage bin, ihn zu besiegen. Er ist einfach ein zu krasses Arschloch. Oh, ich könnte versuchen, ihn zu parieren, vielleicht. Wow, habt ihr das gesehen? Ein fucking Heap? Leck mich. Ein Schlag macht so viel Schaden von ihm. Einer. Du bist so ein Arschloch. Komm her. Naja, ganz nimm. Ne, das... Das kann ich hin. Der macht zu viel Schaden. Ich krieg den nicht getötet. Ich könnte ihn parieren oder so, aber... Oh, er ist einfach zu fucking... Zu fucking stark. Er macht zu viel Schaden und ich muss ihn zu oft treffen, dass ich ihn töten kann. Und er heilt sich dann auch noch. Oh, nee, also... Ich hab schon drüber nachgedacht, dass ich hier mit meiner... äh... No Estos-Regelung hier... zu einigen schwerwiegenden Problemen kommen werde. Der Anfang funktionierte noch ganz gut, aber... spätestens hier sieht man, dass ich da kein Land sehe. Die einzige Möglichkeit ist, dass ich ihn entweder, wenn man so schön sagt, schieße, irgendwie im Fernkampf, oder... dass ich ihn drei-, viermal pariere. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Oh, nein. Ich kann nichts sagen. Du hast nämlich keine Balance. Und im Gegensatz zu Holbrick, kann ich dich in drei Heben töten, während Holbrick eben noch ein bisschen... ein bisschen zäher ist als du. Jetzt ist selber Item hier, wie auch schon im ersten Durchlauf. Und hier dasselbe Set. Oh, ich würde Holbrick echt gern töten, aber... Ihr habt gesehen, wie krass der Reinhaut dieser Kerl. Das ist der blanke Wahnsinn. Ich könnte versuchen, ihn gegen eine Krabbe hier kämpfen zu lassen. Das könnte klappen. Denn ich weiß, dass er... Ich weiß, dass er Gegner attackieren kann. Er hat zwischendurch einen Hund, glaube ich, getötet. Irgendwann mal. Das war die Rüstung der Gefallenen, glaube ich. So, rechts von mir befinden sich die Ausgestoßenen, die ins Exil geschickten. Die Beschützer der Fahrenfeste hier. Und... Wenn die auch nur ansatzweise so stark sind, wie der gute Holbrick, dann habe ich hier gewisse Probleme. So, ich habe einen von den beiden. Okay, ich muss nicht gegen zwei kämpfen. Das ist schön. So, Hyper Armor. Fuck. Ich wollte Katie. Katie war nicht zu Hause. Nee, kann es vergessen. Ich kriege ihn nicht. Okay. Gut, gut, gut. Wenn Katie mir nicht... Wow. Wenn Katie mir nicht hilft, dann muss ich eben die andere Göttin um Hilfe anbeten. Anpflehen, sozusagen. Und die Göttin heißt Gravity. Gravity. Ist das nicht so nett? Nee. Nee. mich zurück und probieren das ganze dann noch mal ziemlich interessant dass ich mich ans feuer setzen konnte obwohl er so dicht dran war ja ich hatte ich schaden mache relativ viel scheiße ich hab dich das verbanden großschwert das bezeichnet auch sehr gut da oben ist der alte linken da war jemand wohl ungehalten dass ich seinen besten freund hier abgeschlachtet hat fehlt richtig er wollte sich gerade heilen das scheinlich werden wir zu haben ja die sind im vergleich zu hot rick sind die fucking lachhaft wenn man sieht wie viel schaden hondre hot rick mit einem hieb verursacht und wie schnell seine angriffe auch im vergleich sind der irre finstergeist hot rick ist ein monstrum er ist ein perfektes monstrum ich würde sogar davon ausgehen dass er hier die bosse allein töten kann in dem spiel selbst hier in ng plus 1 hot rick ist der tarkus dieses spiels hier der schwarzeisen tarkus oder jester thomas oder was weiß ich der ist völlig irrsinnig macht so viel schaden ich glaube man kann ihn rufen als phantom um hilfe kann man den kerl glaube ich bitten aber ich bin mir nicht sicher wo und ich wundere mich auch sehr dass ich hazel nicht rufen konnte oder dass hazel mich nicht in basierte die ist ja ein schwarzes phantom oh ne wirklich hot rick ist so ein arschloch er ist so ein krasses arschloch so was wir hier probieren ist nun unsere gift verteidigung zu erhören denn wir können uns nicht heilen und haben dementsprechend ein paar probleme mit diesem zum vier der voller gift ist als weiteren versuche ich mich hier relativ schnell durch zu bewegen natürlich was nicht heißt dass wir nicht zurückkehren und uns hier nochmal umsehen ganz und gar nicht wir sind zu schwer kettenbrecher ja ja beides 70 ähm was machen wir weg damit weg damit ok oh god das gift zieht ja richtig richtig flink hier ab wir werden auf jeden fall vergiftet oder ja ja naja gut scheiße eisenfleisch das könnte nicht viele hassen das gebiet hier ich persönlich ist toll ich finde es auch ein bisschen sonderbar dass so vieles hassen ein soul spiel ohne einen nervigen pisssumpf als kein soul spiel und bislang gab es noch kein soul spiel in dem es keinen nervigen pisssumpf gab selbst ein bloodthorn gab es einen es gibt einfach so gewisse elemente in den spielen die wenn sie nicht vorhanden sind den titel disqualifizieren als soul spiel jetzt werde ich invasiert von hazel oh das ist nett da hinten ist sie ne kann das sein ich hab da licht gesehen da hinten oder oh fucking hier vorne ist die die alte fotze du kannst mal gerne den hammer schmecken ey der vergleich ist fucking irrsinnig die ist so viel schwächer als hotrig mal so wollte sie sich gerade heilen habe er hatte kein es könnte das sei hatte sie nur ein es könnte tatsächlich der fall sein hier das finde ich interessant sogar sehr ja hier sieht man ganz gut den vergleich ein invasor hier in dem spiel in ng plus 1 im vergleich zu hotdrick ja das ist kein thema aber fucking hotdrick das ist eine maschine der ist einfach fucking monster ich will nicht gegen ihn kämpfen wenn ihr könnt mich nicht dazu zwingen jetzt zwingt mich nicht dazu hört auf mich auszulachen scheiß hotdrick soll zur hölle fahren ich meine erster hotdrick ist ja kein thema den habe ich ja sogar besiegt hier in dem durchlauf hier auch ohne estus glaube ich zumindest ja doch ich schätze schon ach scheiße ist egal aber dieses vieh das war einfach nicht fair dass das gehört sich nicht leute macht man nicht kämpfe ich lieber gegen den endboss ohne estus als gegen hotdrick der endboss obwohl doch der endboss heilt sich auch so die erste flamme haben wir schon hier ausgelöscht löschen lassen die handschuhe sind geil aus sicher heute nice und dann geht die folge noch eine minute ok dann passt das ja wir noch zwei dieser firma vor uns um das tor zu öffnen um dann zu den wächtern zu kommen den wächtern des abgrunds und das wird der erste boss hier sein wahrscheinlich der mich verzweifeln lässt und ich habe ehrlich gesagt keine ahnung wie ich den überwinden soll ohne heilung man kann sie parieren das könnte vielleicht eine möglichkeit sein man kann sie auch backstabern aber sie sind eben sehr sehr schnell die erste phase kriege ich wahrscheinlich sogar hin aber die zweite phase ist echt ein problem denn die wächter oder der spezifische feuerwächter am ende ist ein sehr sehr aggressives arschloch und ich weiß nicht ob ich ihn schaffe ohne fernkampf und ohne erstes mit dem charakter wie dem auch sei ist ja alles hier schön und gut wir werden uns beim nächsten mal wiedersehen und ich hoffe ihr fürchtet euch genau wie ich vor hotrick adios bis zum nächsten mal